Ja, sehr schön hier. Da ist mein Meer. Man guckt sich hier den ganzen Tag den Strand an. Ab und zu muss man essen gehen. Ansonsten gibt es hier nicht allzu viel zu tun. Aber sehr erholsam. Man könnte noch eine Weile bleiben. Und das Bier genießen. Hier ist doch richtig ruhig. Kein Mensch unterwegs. Oder in den Spielen, sagen wir es mal so. Hier sind sie noch am Aufbau und hier ist noch ein bisschen Halligalli. Da habe ich letztes Jahr, besser gesagt, im letzten Winter logiert. Was zahlst du? 600. Wo? Der Fuhrer bei Essen-Bahn. So, jetzt gehen wir erstmal einen anderen Strand okkupieren. Genau, mit mir. Ja, und Björni kommt da hinten auch irgendwann. Der ist noch in seiner Hütte. Und dann gehen wir ganz kurz einen anderen Strand angucken. Da sollen dickbäuchige Russen sein. Die wollen wir natürlich sehen. Aber vorher gehen wir noch kurz mal rechts schwenk machen. Zu hoch. Ja, wir müssen mal kurz gucken noch. Es geht bergauf. Es geht noch weiter bergauf. Aber hinter dem Berg sind die Biere sehr. Das ist schon etwas anstrengend. Es war schon manchmal noch so um drei. Aber es schlaucht. Wildschweine haben wir noch nicht gesehen. Tiger auch noch keine. Und die Schlangen haben Urlaub. So, gleich sind wir oben. So sieht der ganze Spaß von oben aus. Irgendwo da unten residiere ich. So, jetzt gehen wir weiter zum Cola Beach. Das soll schön sein. Und trinken Bier hier. So, nach einem bespärlichen Weg haben wir es geschafft zum Cola Beach. Und da hinten gibt es Bier. Das müssen wir gleich mal kontrollieren. Die auch was für uns haben. Das ist aber sehr lustig hier. Hier steht bloß ein Ressort und ein paar Ballerboden. Das gibt es hier nicht.